Witzig ist die Scharbe. Jetzt haben wir gerade vorhin einen Düringer aufgeschaut, wollte der mir in Spindelecker auch einen Brief schreiben, was ein Bürger, ein Einwohner dieses Landes, gerade so viel Anliegen hat und was sein Herz bewegt. Und dann steigt man ab einmal die Tastatur aus. Das ist das M, das Komma, der Punkt. Die Enter-Taste ist ganz wichtig, weil man kann jetzt auch ein Facebook nicht mehr bestätigen. Das ist also ganz witzig. Und ja, sie hätte mit Zeichen, würde ich das mal sagen. Ich hätte nur ein anderes Video hochgeladen. Geht aber gerade jetzt nicht, weil das einfach am anderen Rechnen ist. Ja, schauen wir mal. Wir sehen uns auf alle Fälle. Und es ist trotzdem ein Tag der nächsten Liebe. Namaste.